Sie hatten den besten Blick auf die Partystadt. Gerade eröffnet und schon gut gefüllt zeigte sich der Biergarten an der Schlossschenke. Pünktlich zum Stadtfest wurde alles fertig, konnte der wohl älteste Biergarten Deutschlands seine Gäste empfangen. Und die waren angetan. Wir haben also heute erfahren, dass heute Eröffnung ist. Und deswegen sind wir heute hier hochgegangen und sind begeistert. Es wäre schön, wenn die Schlossschenke noch mal in Betrieb kommt. Denn da waren wir früher, wo wir jung waren, tanzen und es war immer schön. Die Ruhe am Schlossberghang war trügerisch, denn in den Altstadtgassen tobte das Leben. Drei Tage lang wurde gefeiert. Tausende Menschen waren unterwegs und nicht wenige von ihnen schauten am Freitagabend auch im Zollhof vorbei. Hier schlug die Rettergruppe das Spätenlager auf. Nicht ganz freiwillig, denn eigentlich wollten die Laien-Schauspieler erneut auf den Marktplatz. Wir spielen separat jetzt im September, am 8. und am 9. September und freuen uns auch darauf. Die Leute ziehen mit. Das ist nun die Entscheidung der Stadt, ob sie uns zum Stadtfest sehen will oder ob wir wie hier in den Zollhof gehen und bloß so eine Art Schwedenlager machen. Dort, wo die Retter gern gewesen wären, durften die Altrocker vom Karussell spielen. Bei weitem aber nicht voll war der Marktplatz zur Ostrocknacht. Fünf Jahre nach ihrem Comeback schauten die Leipziger auch in Pirna vorbei. Wenn ich seh, wie alles Leben sich verkügt und nichts von den nahen Wüsten weiß, fühl ich mich, derweil sich Welt ums Leben lügt, wie ein Fischleif unterm Eis. Mehr als nur ein Geheimtipp war zur gleichen Zeit Kaffeejazz im Klosterhof. Auch hier blieben viele Plätze frei. Warum eigentlich nur, ist man geneigt zu fragen. Die fünf Musiker aus Bautzen hätten ein großes Publikum verdient gehabt. Sound und Ambiente passten. Kaffeejazz sind in Pirna keine Unbekannten. Seit 2010 sind sie Paten des Schiller-Gymnasiums, unterstützen das Engagement der Schule gegen Rassismus. Nach der Aktion Schule gegen Rassismus ohne Rassismus gab es danach noch, glaube ich, zwei Auftritte. Da haben wir für die Schule gespielt und da waren viele Schüler da. Und das waren schöne Abende, so kann man so sagen. Auf alle Fälle. Momentan, weiß nicht, gab es länger keinen Kontakt, aber ich glaube, das kommt wieder. Premiere zum Stadtfest. Ein Schalter, ein Knopfdruck und schon wurde es hell. Zum ersten Mal nach der Sanierung wurde das Schloss Sonnenstein wieder beleuchtet. Weißes Licht für Pirnaz-Krone, doch die 130.000 Euro Anlage kann noch mehr. Es gibt durch die LED-Beleuchtung mehrere Farbmöglichkeiten, mehrere Kombinationen der Farben untereinander, der Farben nacheinander. Aber ich muss sagen, das war ja nicht unser Ziel, hier irgendwo ein buntes Schloss zu schaffen, sondern es geht einfach darum, die Krone der Stadt ins rechte Licht zu setzen und aber auch zu einem Event dann mal richtig was losmachen zu können. Der Sport beim Stadtfest war an der Elbe zu Hause. Hier konnten sich Vereine präsentieren, wurden die schnellsten beim Bob-Anschub gesucht. Zwischen Ausbildung und Trainingsalltag war auch Weltmeister Francesco Friedrich vor Ort. Ich sag mal so, ernst geht es eigentlich schon fast seit April wieder, weil seit April trainierst du schon wieder 100 Prozent auf die nächste Saison. Und die wichtigen Wettkämpfe beginnen dann Anfang, Mitte Oktober mit den Selektionen in Winterberg und in Altenberg. Hobby-Sportler außer Rand und Band. Beim Drachenbootrennen war immer was los. Der Gaudi stand bei den meisten Teams im Mittelpunkt. Und so machten beispielsweise die lahmen Blindfische ihrem Namen alle Ehre. Eine Niederlage, sie kann so schön sein. Auf der Elbe sein, Feuer machen und einfach das Teamgefühl, das macht einfach Spaß, dass alle mitziehen, alles Spaß haben und einfach das ausgeben. Drei Tage Stadtfest in Pirna, ein Fest mit viel Musik und wenig Kultur. Im kommenden Jahr wird sich das wohl wieder etwas ändern. 2013 feiert Pirna ein kleines Jubiläum. 780 Jahre Stadtgründung stehen dann auf dem Programm. 780 Jahre Stadtgründung steht dann auf dem Programm. 880 Jahre Stadtgründung steht dann auf dem Programm. 560 Jahre Stadtgründung steht dann auf dem Programm. Untertitelung des ZDF für funk, 2017